So Leute, am heutigen Tag oder streng genommen in gerade einmal ein paar Stunden wird es am Kryptomarkt zu massiver Volatilität kommen. Aus diesem Grund werde ich euch exakt zeigen, wie ich vorhabe, das Ganze zu nutzen. Ich zeige euch meinen Spielplan, um Profite aus dieser Volatilität zu ziehen. Das heißt, falls es irgendein Video gibt, das ihr heute nicht verpassen solltet, dann ist es genau dieses Video. Ich werde alles besprechen, was ihr machen müsst, damit ihr kein Geld verliert und dass ihr sogar noch welches macht. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Kryptovideos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Und dann würde ich sagen, lasst uns direkt da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Wir haben darüber gesprochen, dass ich das Gefühl hatte, dass das hier ein Punkt für Bitcoin war, wo wir eine Rejection sehen. Und unter Berücksichtigung aller Wahrscheinlichkeiten dachte ich, dass wir hier weiter ein bisschen rangen werden und dass Bitcoin wieder nach unten geht. Jetzt im Grunde genommen wirklich direkt nach meinem Video haben wir eine massive rote Kerze gesehen. Obwohl ich erwartet habe, dass Bitcoin nach unten geht. Dann muss ich sagen, ich habe nicht erwartet, dass es direkt nach meinem Video passieren würde. Falls ihr also aufgrund dieses Videos Gewinne gemacht habt, dann herzlichen Glückwunsch an euch. Aber schaut euch das mal an. Wo sind wir nach unten gegangen? Wir sind nach unten bis zu meiner orangenen Unterstützungsbox. Das bedeutet, genau das versuche ich euch immer zu sagen. Das hier. Das ist der Weg, wie man diesen Markt traden sollte. Das ist ein Tradersmarkt. Und jetzt gerade haben wir einfach wahnsinnige Gewinne gemacht. Denn hier oben kaufen, dann Profite zu nehmen, also innerhalb der orangenen Box, das sind 8%. Dann zu shorten, weil wir erwartet haben, dass Bitcoin von diesem Punkt nach unten geht, das sind weitere 7%. Dann bumm, eine weitere Gelegenheit hier, das sind 4%. Hier oben auch nochmal 8%. Und selbstverständlich, wenn man von diesem Level geschortet hätte, auch nochmal 8%. Wenn man das zusammenzählt, sind das 40% bis 50%, was natürlich ein super schöner Gewinn ist in, ja, gerade mal 1 oder 2 Wochen. Vor allem, wenn man das Ganze mit Hebeln gemacht hat. Falls ihr also diese Volatilität getradet habt und meine Videos haben euch dabei geholfen, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr das Ganze nicht mehr verpassen werdet. Ich werde euch auf jeden Fall weiterhin diese Gelegenheiten bringen. Das heißt, falls ihr gerade in einem Bitcoin-Trade seid, am Rand der orangenen Box eingestiegen seid, dann habt ihr gerade schon einen Gewinn. Aber das ist einfach die Art und Weise, wie ich das Ganze sehe. Okay, gut, heute ist es ein bisschen besonders, weil wir gleich die CPI-Daten haben, die veröffentlicht werden. Das heißt, es wird zu massiver Volatität entweder nach oben oder nach oben kommen. Die Frage ist, was können wir erwarten? Der heutige Tag könnte also stark genug sein, um uns, ja, also, warte mal nochmal, also, die letzten Inflationszahlen, die lagen jetzt im letzten Jahr bei 9,1%. Ich erwarte jetzt, dass die Inflation tatsächlich langsam wieder nach unten geht und das ist auch das, was erwartet wird. Wir erwarten einen Rückgang bis auf 8,7%. Sagen wir jetzt einfach mal, die Inflation liegt bei rund 8%. Das könnte wiederum eine super, super starke Bewegung für Bitcoin bedeuten. Hier muss man also auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn man bei 24.000 Dollar shorten möchte, weil man muss sich im Klaren darüber sein, dass das Momentum, dieses Ereignis genug sein könnte, dass wir direkt auf 26.000 pumpen. Was allerdings auch ein Level ist, bei dem ich vorhabe, Bitcoin zu verkaufen. Und Leute, ich will hier nochmal ganz klar und deutlich machen, für die Leute, die meine Videos sonst nicht anschauen. Langfristig, da sehen die Sachen natürlich immer noch ziemlich gut für Bitcoin aus. Wir haben also immer noch eine ziemlich langfristige Long-Position von diesen Leveln hier unten. Als wir nämlich bei diesen Leveln nach unten gewesen sind, habe ich euch gesagt, langfristig, wirklich. Jeder Indikator zeigt uns, dass jetzt die Zeit zum Kaufen ist. Aber worüber ich heute spreche, das sind kurzfristige Trades. Jetzt einfach ein paar Swing-Trades. Die Art und Weise, wie wir ziemlich gerne bei diesen kurzfristigen Trades machen, ist, indem wir die ganz einfachsten Möglichkeiten nutzen, indem wir Unterstützungslevel nutzen und Widerstandslevel. Den ersten Widerstand hatten wir bei 24.400, dann den zweiten bei 26.300 Dollar. Das sind jetzt also Level, bei denen man Profite mitnehmen kann. Und ja, hier unten, also sollten heute negative Zahlen veröffentlicht werden, dann klar, dieses Level hier wird natürlich immer noch ziemlich stark sein. Aber wie ich bereits gesagt habe, die Bewegung heute könnte so stark sein, dass sollten wir eine negative Reaktion bekommen, dass wir bis auf die 20.000 Dollar sinken und unten bei 20.000 Dollar kaufen, dann ist das meiner Meinung nach eine Sache, die auf jeden Fall eine gute Sache ist. Klar, keine Finanzberatung, aber vom Risikoertragsverhältnis ist das definitiv eine Sache, über die man nachdenken sollte. Und wo sollte man das Ganze machen? Das kann man selbstverständlich auf Femex machen, wo es zusätzlich dazu auch noch bis zu 4.500 Dollar als Trading-Bonus gibt. Wenn ihr in die Videobeschreibung geht und euch über meinen Link anmeldet. Gibt es jetzt noch etwas weiteres, worauf man achten sollte? Klar gibt es das. Wir haben dieses massive Unterstützungslevel bei, was ist das, sagen wir 22.500 Dollar. Sollte es also zu einer Abwärtsreaktion kommen, dann können wir davon ausgehen, dass wir hier zunächst mal etwas Unterstützung für Bitcoin sehen werden. Dann das hier, das habe ich euch gestern und auch schon vor ein paar Tagen gezeigt. Das hat in der Vergangenheit Bitcoin immer ziemlich gut unterstützt. Gerade sind wir darunter. Wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, dann zeigt das eigentlich auch, dass wir noch einmal bis auf das 20.000 Dollar Level runterkommen können, basierend auf dem Ausbruch von diesem Level. Aber wie gesagt, wir haben massive makroökonomische Kräfte, die heute wirken werden. Deshalb würde ich mich jetzt nicht blind auf dieses Pattern oder TA verlassen. Da gibt es jetzt momentan wirklich viel, viel mehr dahinter, was wir verstehen müssen. Wir müssen schauen, was heute kommen wird. Und das könnte genug sein, damit wir wieder in das Pattern zurückgehen. Und wir könnten mit einem Wig tatsächlich auch noch mal bis auf dieses Level hier unten gehen. Wir behalten das Ganze also auf jeden Fall im Auge. Und zu guter Letzt will ich euch noch das hier für Bitcoin zeigen. Das Ganze war auf dem Stundenchat. Und ich habe euch das gestern gezeigt. Hier sind wir auf jeden Fall nach unten durchgebrochen. Wenn wir das hier allerdings verlängern, da kann man sehen, wo wir uns gerade befinden. Man kann sehen, wir sind nach unten gegangen. Boom. Und in diesem Moment sind wir wieder dabei, darum zu kämpfen, um über dieses Level zu kommen. Das ist wieder ein Beispiel dafür, dass frühere Trendlinien, die ziemlich stark gewesen sind, auch weiterhin relevant bleiben, selbst wenn das Pattern eigentlich schon vorbei zu sein scheint. Also meiner Meinung nach ziemlich interessant. Die traditionellen Märkte sehen auch anständig aus. Wir sind bis auf das Level bei 4.113 gesunken, hatten einen ziemlich großen Bounce. Und wie gesagt, auch hier hängt es einfach von der Reaktion des Marktes in ein paar Stunden ab. Das Ganze kann jetzt auf jeden Fall ziemlich viel verändern. Und naja, was heißt in ein paar Stunden? Könnte sogar ein bisschen länger dauern. Aber definitiv ist es eine Sache, die heute passieren wird. Und sollten wir tatsächlich nach unten durchbrechen, dann ist das absolut kein gutes Zeichen. Weil schaut mal, das nächste Unterstützungs-Devil für die traditionellen Märkte liegt hier ganz unten bei 3.950. Alles in allem, so sieht meine Strategie aus. Ich werde definitiv kurzfristige Profite aus den Trades mitnehmen, wenn wir auf 24.300 Dollar steigen sollten. Sollten wir das machen, ich liebe es einfach, diese Unterstützungs- und Widerstandslevel auszuspielen. Das ist die Art und Weise, wie man mit einem hohen Maß an Sicherheit konstante Gewinne erzielen kann. Mit der Zeit natürlich. Aber selbstverständlich sollte man auch einen engen Stop-Loss verwenden, wenn man ein Risiko eingeht und hier oben scheutet. Leute, dann verwendet einen engen Stop-Loss, damit ihr eben nicht zu viel verliert, wenn der Trade in die andere Richtung gehen, Leute. Und im Grunde genommen ist das auch schon alles, was ich für euch heute habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es konnte euch helfen. Ich werde weiterhin natürlich die Sachen für euch bringen. Deshalb abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Und selbstverständlich bringe ich euch auch die langfristigen Möglichkeiten, wie ich das auch schon immer gemacht habe. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.